Yo, yo, yo! Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mad Max. Wir machen weiter mit der Story. Der gute Chan und natürlich auch ich, der gute Max. Oh, hier drüben war ein bisschen Wasser. Und was ist hier los? Freund oder Feind? Das sind Frauen. Ohne Scheiß. Frauen. Was kann ich mit denen machen? Kreatur töten. Du kranker Typ, du. Die anderen verhungern und wir essen hier so ein Gecko. Du kranker Typ. Echt. Ich hab ein bisschen trinken. Ich würde denen wirklich gerne helfen, aber irgendwie keine Möglichkeit. Tja, ich könnte euch helfen, indem ich euch überfahre. Wie wär das? Würde euch das helfen. Was meint ihr? Anscheinend ja. Und die anderen essen jetzt die beiden hier. Wasser. Kommt schon, ihr könnt das Blut trinken. Hier drüben wär ein bisschen Wasser. Aber nur für mich. Sorry. Ich bin durch und durch ein Egomane. Wachen. Yep. Wachen. Ihr wollt euer Wasser behalten, ha? Tja. Hech. Au. Alter, alter, die sind ja richtig gut bewaffnet. Verpiss dich. Ey. Komm schon. Die Keule ist fucking unfair. Die nehm ich mit, aber sowas von. Okay. Einen schönen Bonus. Gut. Jetzt bin ich hier halbtot. Naja, schauen wir mal. Wo ist das Trinken? Das Trinken ist doch irgendwo hier. Wahrscheinlich über mir. Ich hab Durst. Ich bin wütend. Okay. Klettern und Waffe mitnehmen. Leider nicht drin. Drei Stück. Dreimal Schrott hier in der Gegend. Aber ich will meinen trinken. Oh. Benzin. Aber ich hab mehr als genug. Wir haben sogar noch einen Tank dabei. Wir sind ziemlich gut ausgerüstet, was Benzin angeht. Also, Benzinmangel haben wir keinen. Oh. Hier. So. Eins fehlt noch. Da drüben war Benzin. Da waren wir schon. Aber wo ist mein Trinken? Ah, hier. Sehr schön. Deswegen bin ich hier. Einmal voll machen, bitte. Okay. Wir heilen uns und tanken weiter voll. Wenn schon, dann nehme ich hier alles mit. Ich würde sagen, Essenz hat sich gelohnt. 10% Bonuswasser. Schon eine Menge. Da kann niemand meckern. 10%. Ich wette, am Ende sind wir total OP und haben Wasser und Essen ohne Ende. Wasser, Essen, Lebensenergie. Ich bin voll das Tier dann. Tja, Drogen. Drogen sind der Schlüssel. Die Antwort zum Erfolg. Und wir sind schon wieder bei 100%. So schnell kann das gehen hier draußen. Nicht wahr? Hep. Gut. Charmy, wir gehen weiter. Papa Max hat alles mitgenommen. Ich bin so ein richtiger Parasit. Ich nehme alles mit. Einfach alles. Du hast keine Chance gegen mich. Ich ermorde Frauen. Schlage Obdachlose. Und raube Wasser. Da sind viele verschiedene Nachrichten. Obdachlose. Obdachlose. Abwörteren. Obdachlose. Das ist was wir brauchen. Wir brauchen mit Blacht. En barrel, großartig. Abwörteren. Obdachlose. Beispiel. Obdachlose. Es ist zu sein. Einzuh electricity. Obdachlose. Obdachlose. Und einer weniger. Gegner, wo sind Gegner? Hier drüben sind Gegner. Ach komm, scheiß auf dir. Moment, hier müssen wir hin. Hier müssen wir unbedingt hin, denn hier kann ich upgraden. Und upgraden ist immer eine feine Sache. Er sagt, bloß die jagen uns. Ah, shit. Shit! Die wollen es wissen. Die wollen es wirklich wissen, die Jungs. Alter, ich bin halbtot. Bam! Wow, 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 wow. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Rapune! Der Fahrer ist weg. Und weg mit der Sau. Boah, meine Karre ist beinahe Schrott. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und wir halten hier an. Du reparierst. Wir sammeln. Du reparierst. Mein Schrott. Danke. Genug. Das reicht. Komm. Oh, nein. Moment. Hier drüben. Der Kollege. Der Kollege. Der hat irgendwas dabei. Wahrscheinlich Munition. Oder Schrott. Munition oder Schrott. Kann man sonst irgendwas anderes hier finden. Aber jetzt. Wir holen uns noch die Upgrades. Und dann aber wirklich zur Festung. Man könnte hier schon wieder ewig durch die Wüste fahren. Am Ende gibt es dann doch immer ziemlich viel zu tun. Stopp. Ich muss zu dem alten Drogenonkel. Mein bester Freund, der Drogenonkel. Okay, buddy. Was hast du für mich? Ich brauch den guten Stoff. Meth. Meth. Und schon bin ich drauf. Okay, zwei Punkte kriegen wir hier. Mehr Lebensenergie. Ist das drin? Nein. Hm. Wie es scheint, müssen wir erstmal alle hier voll machen. Dann nehmen wir Benzin. Und. Ja, Wut. Was haben wir hier Schönes? Munition. Mehr Munition tragen wir ganz gut. Gut. Wir nehmen hier die Wut. All right. Oh Gott. Was für ein Trip. Hui. Okay. Die Drogen hauen rein. Nein. Der Dealer ist weg. Die Nutten sind weg. Und ich wache jedes Mal nackt in der Wüste auf. Ich sollte damit aufhören. Echt. Ich mach mir Sorgen. Max. Gar nicht gut für deine Gesundheit. Du brennst aus. Let's go. Woo. Über die Karre. Ich weiß. Wir brauchen Panzerraum. Und eine Sache kannst du mir glauben. Ich bin dran. Einmal. Nein. Keine gute Idee. Ich hab keine Munition. Ich dachte ich hätte ein bisschen was. Er will immer wieder hier hin. Ich kann den einen hier nicht packen aus irgendeinem Grund. Scheiße. Der macht mich rund. Okay. Wir fliehen. Wir fliehen. Jetzt aber schnell. Ohne Panzerraum keine Chance gegen den. Und die Apule funktioniert nicht. Komm, 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 komm. Komm, komm. Komm, 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 komm. Announce your business. Or learn to love a bolt in the brain. It is me, Jumbucket. Master wrench jockey. And skilled Blackfinger who's an acolyte to the angel combustion who beseechs you. Who's your driver? Does he have any knowledge of medicine? I fear not. Your pain must linger. I'm sorry, but he is a driver of otherworldly skills. Yes, you see. Why would I need a driver of otherworldly skills, Scrapmonkey? Please. Please, we aim to enter the dead Barrens. And all my gear, it was destroyed by infidel scavengers. And we need to heal this machine. If you let us work here, where it is, saintly wheelhands and my black fingers, we will deliver to you a bona fide grease pit. Praise be the prophet. Let him inside. Let him inside. Hey, driver of Otherworldly, whatever, come up here and yak. Wanna know why I let you in here? I wonder. It's not much of a car. You trust that little scrap monkey? For now, not much of a stronghold. Careful, now. Don't wanna insult a man in his own home. Listen, we used to rule this stretch, and now the warlord controls all and brings only death. Warlord. Scrotus. Scabrous. Kildai here. Sawed him up in the head. But his terror outlives him. Proposition then. I'll weaken their grip on these lands. You give us the use of your garage and tools. Boom! If I thought you could, you'd have a deal. And then what? Gastown. Oh, one peep at the jaw will change your mind. What's the jaw? It's a gate. You gotta pass to reach Gastown. Look for it yourself. It's in Dead Baron's Pass. Before I do. Do we have a deal? Yeah. You weaken the influence of that dead warlord. And we'll have a deal. Good. We have a deal. We have a deal. We have a deal. This place isn't for you a kind of waste. I see what you are. Flap gun with Jeet. Not me. And the Kettensägen Heini is still alive. See the eyes? They're the eyes of a killer. I know. My name is Matt Max. Hello? I have a deal with Jeet. You build me that sniper rifle, then we head out. We have work to do. Freeze me! Oh, just you find me the parts and I'll get cracking. I have it, huh? I have it, Saint. And just help me find the requisite parts. And some kind of a trigger mechanism, huh? Oh, you want a trigger driver? Think we got some old gun junk in the cage. Take a look. Maybe your scrap monkey can make something of it. We don't have anyone can figure that stuff out anyway. Plus no ammo to talk of. Gut. Der Käfig. Der gute alte Käfig. Wie komme ich da hin? Ah, hier. Na dann. Nehmen wir das Ding hier. Das könnte was werden, oder? Das muss work. Wenn du etwas hast, Saint. Ich bin bereit, um das gute Arbeit zu machen. Der Mann hier drüben kann alles bauen. Wahrer MacGyver. So, Snipergewehr. Für mein Fahrzeug. Gibt es mir. Schön. Okay. Wir können losziehen. Neues Spielzeug. Neues Glück. Und schon bin ich raus. Alles klar, wir gehen nach hinten und dann können wir schießen. Rauszoomen können wir auch. Sehr gut. Und es hat oben gemacht. Mann, 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 was wir nicht alles können. Na gut, wir sollen uns umsehen. Wieso eigentlich nicht? Aber ich habe immer noch keine Panzerung. Und ohne Panzerung bin ich hier draußen Freiwild. Wir haben es ja gesehen. Da kommt einer mit so einem richtig geilen Auto vorbei und wir sind am Arsch. Eine aufgemotzte Karre und wir sind voll am Sack. Warte mal hier drüben. Totem muss weg. Denn die sind ja auch für den Einfluss. Hier, schön. Die Bedrohung wurde wieder verringert. Na warte mal, Schrott. Schrott, ich muss es mitnehmen. Bereub dich. Chum. Nur ein bisschen Schrott. Elf Stück. Lohnt sich. Hier drüben ist der Nächster. Wir holen den hier auch noch weg. Rann die Mutti. Und runter damit. Wir machen Fortschritte. Wir machen gute Fortschritte, wenn wir die Sache jetzt schon erledigen. Wird es später ein bisschen einfacher. Aber leveln wir dabei auch. Oh shit, ein Sniper, Heini. Warte, 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 warte. Das können wir doch jetzt auch. Also dann legen wir los. Au. 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 Okay, Moment. Kleinen Wechsel. Rutsch mal rüber, du. What the fuck? Was war das? Was war das? Was war das? Scheiße. Manzai-Preschritte. Okay. Okay. Ich hab'n Problem. Ich hab'n scheiß mega Problem. Okay, okay, okay. Ich muss erstmal weg. Kontrollroute Gut, wir bleiben hier Wir bleiben genau hier Und ich würde sagen, wir heilen uns Yep, wir heilen uns Hui Ein Fehler und du bist voll am Sack hier in der Gegend Das kann ganz schön nach hinten losgehen Gut Ich bin wieder frisch Und jetzt holen wir uns den Sniper, Heini Na, wie machen wir das? Stopp Ruich, 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 ruich Yo, 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 yo Was bist du hier? Mörser Kriegen wir den? Wenn ich hier dagegen schieße? Shit, ich habe keine Munition Fuck Keine Munition Dann Plan B Alles klar, wir haben ihn What? Was ist los, Chum? Ah, gut Sehr gut Oh, hier ist aber noch einer Und Perfekt Okay, wir kommen hier rein Hier drüben brennt's Gar nicht gut, gar nicht gut Reparier das Ding Ach du Scheiße Die Flammen sind ja mega dreckig Hey, Moment mal Woher hast du den Feuerlöscher? Woher hast du den, Chum? Wir haben den Feuerlöscher? Alles gut Alles gut Alles gut Ich hatte keine Ahnung Ich hatte keine Ahnung Ich hatte keine Ahnung Ich hatte keine Ahnung Dass die Flammen so Mega krass sind Okay, hier drüben Tanken gehen Definitiv tanken gehen Gib mir eine Minute Oh, nee Och, zwei von denen Okay Rage-Modus Das sind Schläge, ha? Das sind Schläge, mein Freund Boah, sind das viele Shit Alter Der Messerjockel Oh mein Gott Chum Rette mich Ein echter Mann Muss einfach nur ins Fahrzeug Oh mein Gott Schaut euch die Bande an Ey, die bringen mich um Komm schon Oh, der eine ist zäh Der eine ist richtig zäh Der bleibt wirklich dran Endlich Boah, ich wäre beinahe gestorben So viel zum Thema Wasser Krepier, du Sau Trinken Wo? Wo ist das Trinken? Ich brauch's Ich brauch's unbedingt Ich wäre beinahe gestorben, Freunde Ah, hier drüben Ich hab's gesehen Moment, hier noch hin Ein wenig Schrott zum Mitnehmen Okay Gut Ich bin so gut wie tot Und wir bekommen Gut Wenigstens eine volle Ladung hier Gerade so Gerade so Und Schön runter damit Trinken 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 Okay 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 Den Rest nehmen wir noch mit Naja Wirklich viel Haben wir hier nicht bekommen Oh, Benzin Warum nicht? Ähm Nein Ja Nimm es mit Und Wir tanken Gut Sehr gut Es war übel Aber am Ende haben wir es irgendwie noch gerade gebogen Mehr oder weniger Wir haben Benzin Wir haben keinen Durst Und dem Auto geht's gut Und Wir machen hier wieder so ein Ding Oh Oh Das ist stark Ob wir das hier zerstören können? Ich versuch's nochmal Nee Zu stark Yep Zu stark Für die Scheiße hier bin ich einfach noch zu schwach Ich habe keine Munition Ich habe keine fucking Munition Gar nicht gut Ohne Munition Bin ich voll am Sack Tja Das konnte niemand ahnen, oder? Ich dachte wir würden irgendwie nochmal neue Munition bekommen Aber Blö Scheiße Plan B Haben wir einen Plan B? Scheiße Okay Du wartest hier und ich versuch mein Glück Ja, ja Ich beeil mich Keine Sorge Ich beeil mich Ich muss mich beeilen Denn wir wissen Ein Schuss Und ich bin halb tot Boah Ich brauche Munition Gar keine Munition hier Da unten war ein wenig Schrott Immer schön hier in Deckung bleiben Hier oben wäre wieder Schrott Munition Shotgun Munition Besser als gar nichts Fuck Oh shit Oh shit man Komm her Komm her Komm her Komm her Ja dann komm her Jetzt mach doch Wie kann man so feige sein? Du hast ein fucking Schild Und ne Schaufel Tja So viel zum Thema Munition Komm raus Okay das Ding ist weg Und jetzt schön hier auf die Fresse geben Alles klar Vorsicht Trinken Wow 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 Da kommt die ganze Bande Hey das Spiel ist eigentlich sauschwer Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet Schönes Ding Gut Sniper Freaks Ich muss nach oben Sachen können wir später einsammeln Erstmal die hier weg holen Danach können wir weiter reden Hier ist nix von wert Nein Nein Adios Komm schon Kriffa ist wieder hier Wir können also wieder upgraden Nein, 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 nein Wow Fuck Shit Tja Mit dem Tod getanzt Na gut Leute Wir sehen uns In der nächsten Folge Wir machen hier einen kleinen Cut Dann zerlegen wir die Jungs Und nehmen den Laden ein Ich würde mich freuen Wenn ihr für diese XXL Folge Mal wieder ein paar XXL Bewertungen springen lassen würdet Supportet das Projekt Schreibt was in die Kommentare Wir sehen uns beim nächsten Mal Wie immer Danke fürs Zusehen Und Tschüss 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 Vielen Dank.